Ein Investment in dich selbst bringt immer noch die besten Zinsen. Ein sehr, sehr weißes Zitat, wie ich finde. Und es zeigt sich auch immer wieder, dass da wirklich was Wahres dran ist. Und genau aus dem Grund möchte ich dir heute eine kurze Geschichte erzählen und dich ganz zum Schluss einladen auf eine ganz, ganz besondere Reise. Und das heute in dem neuen Video. Mein Name ist Tobias Rethaber, bin Cashflow-Experte Nummer 1. Und es ist jetzt mittlerweile 2012, also 12 Jahre her. Da habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht, wenn Menschen sich das E-Book anschauen, die Informationen von mir anschauen oder auch zu dem Zeitpunkt den dreiteiligen Videokurs, der übrigens unten verlinkt ist, wie du zukünftig besser mit Geld umgehst, lernst, wie die Reichen zu denken, die Verhaltensmuster von reichen Menschen genau adaptieren kannst, extrem viele Hintergrundinformationen bekommst zu dem Finanzsystem, wie das Geldsystem funktioniert, wie es von seiner Pike aufgebaut wurde und warum die meisten Menschen von der Finanzindustrie immer abgezockt werden und darüber hinaus eine Strategie kennenlernen, wie es die fünf reichsten Menschengruppen nutzen, wie kannst du die für dich, deine Familie, dein Unternehmen eins zu eins adaptieren, um nachhaltig zukünftig mehr Vermögen aufzubauen, zu vermehren, abzusichern und so zu schützen, dass keine dritte Instanz jemals mehr auf dein Vermögen zugreifen kann. Und so ist 2012 was entstanden und zwar die Cashflow Academy. Und die Cashflow Academy war damals ein Offline-Event, was wir in verschiedenen Städten durchgeführt haben. Es waren immer zahlreiche Menschen da, die gesagt haben, ich möchte an einem Tag genau den Input bekommen, was du, lieber Tobias, zu dem Zeitpunkt 10, 12 Jahre schon aufgebaut hast und an Know-how auch vielen Mandanten vermittelt hast. Mittlerweile bin ich ja jetzt seit 24 Jahren in dem Finanzbusiness aktiv und ich habe alles kommen, gehen, sehen, viele gute Entscheidungen getroffen, Fehlentscheidungen getroffen, Geld verloren, Geld vermehrt, aber insgesamt hat die gesamtheitliche Strategie, die Konzeption immer gewonnen und zu 100% niemals versagt. Und was wünschen wir uns denn? Wir wünschen uns doch immer einen Mentor an der Seite oder ein Konzept, wo man sagt, wie kann ich an einem Tag oder in kurzer Zeit die Grundprinzipien lernen, damit ich genau weiß, auf was es ankommt, um die fünf wichtigsten Faktoren zu beherrschen, um Wohlstand zu vermehren, auszubauen, richtig zu managen und genau das wird gelehrt in der Cashflow Academy. Das heißt, im dreiteiligen Videokurs gehen wir auf die drei Themen ein, Money Management, finanzielle Bildung, Insider-Information und wie die fünf reichsten Menschengruppen investieren. Das ist ja in 90 Minuten im Prinzip super komprimiert erklärt, aber trotzdem, nach dem Videokurs fehlt dir ja der nächste Step. Der nächste Step, den machen meine Berater, die Begleiter, die an deiner Seite sind, aber ich wollte immer einen Rahmen schaffen, wo du die Möglichkeit hast, innerhalb von einem Tag die Quintessenz, alle Prinzipien zu erfahren, zu erlernen, dass du zukünftig selbstverantwortlich die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und in der Cashflow Academy, und ja, da bin ich fest davon überzeugt, das wurde jetzt von mehreren Tausend, von mehreren Tausend Mandanten auch immer wieder bestätigt, ist mit Abstand das beste Tagesevent, das beste Tagesseminar, wo du komprimiert in achteinhalb Stunden das ganze Know-how aufsaugen kannst, mit einer Gesamtstrategie, dass du genau weißt, wie viel Nettovermögen brauche ich, um aus den Erträgen leben zu können, in eine finanzielle Freiheit, in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen, dass du nie wieder aktiv arbeiten musst. Die Betonung liegt auf musst. Das heißt, du kannst jeden Tag frei entscheiden, was mache ich mit meiner wertvollen Zeit, wo lebe ich, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen. All diese Freiheiten, das heißt geistige Freiheit, zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit und finanzielle Freiheit, in Kombination bekommst du dann, wenn dein Nettovermögen so groß ist, dass du aus den Vermögenswerten leben kannst, passive, residuale Einkommensströme bekommst, also im Endeffekt Cashflow, deswegen auch Cashflow Academy. Und an diesem Tag gehen wir rein in die grundlegenden Dinge, verhaltensmusterreicher Menschen. Wir legen klare Kontenstrategien auf, ein perfektes Money Management. Wir gehen dann rein in die sogenannten Wohlstandsirrtümer. Was machen die meisten Menschen falsch, und zwar 95 Prozent, weil die Regeln, reich zu werden, sind als solches einfach, aber es ist noch viel einfacher, sie jeden Tag aufs Neue zu brechen. Das heißt, wenn du diese Wohlstandsirrtümer beherzigst, dann wirst du definitiv erfolgreicher als 95 Prozent der Bevölkerung. Dann gehen wir an dem Tag nochmal sehr, sehr stark rein, in die ganzen AGB, der Versicherungen, der Banken. Warum verlieren 95 Prozent der Bundesbürger immer Geld? Was machen sie falsch? Warum beherrschen sie diese Grundprinzipien nicht? Was sind die sieben Grundregeln für ein gutes Investment? Wie kannst du zukünftig deine Anlagen darauf überprüfen? Und wir gehen nochmal sehr, sehr stark rein in das Thema Inflation. Warum dir ständig vom Staat oder durch das Geldsystem Geld geklaut wird, dein Lebenswerk im Prinzip enteignet wird, entrissen wird, und wie du dich davor schützen kannst. Im Gegenzug müssen wir dann wissen, okay, wie funktioniert denn diese geheime, ultimative Strategie für steuerfreie Cashflow-Investments, wie die fünf reichsten Menschengruppen seit Jahrhunderten nutzen. Wir bestücken diese Investitionsstrategie dann mit einem Produktportfolio, Produktgeber, die wir geprüft haben, mit dem wir lange arbeiten, wo wir wissen, das hat Hand und Fuß. Die sind geprüft einmal auf das Management, auf juristische Dinge, wie läuft die Finanzierung, ist das Produkt in Ordnung. Das heißt, wir haben verschiedene Dinge, einmal für den Vermögensschutz und für den Werterhalt, wir haben Dinge für Preissteigerungspotenzial, wir haben Dinge dabei, die dir monatlich, jährlich einen Cashflow bringen und die Produkte gilt es zu verstehen. Und der vorletzte Part wird was sein? Da gehen wir genau in die Formel rein, die du beherrschen musst, dass du weißt, okay, ich muss so viel Nettovermögen aufbauen oder ich habe schon so viel Nettovermögen und wie kreiere ich das jetzt ohne Variable, um A, dort hinzukommen oder wie investiere ich es so, dass ich tatsächlich aus den Erträgen leben kann. Und dann liegt es im Endeffekt nur noch an dir, gehst du mit uns die Reise, können wir dich dabei begleiten und dann wirst du super erfolgreich, das kann ich dir versprechen. Und die Kirsche auf der Sahnetorte wird ganz am Schluss folgendes sein, und zwar das Thema Rechtsformen und Identitätswechsel. Wie baust du ein Schutzschild für dein Vermögen auf? Indem du dein Vermögen, deine Unternehmen zukünftig eine andere Rechtsform einbringst, ja, da gehören zum Beispiel Stiftungen dazu, Genossenschaften, wie du dein Vermögen, sprich Immobilien, sicherst, wie du deine liquiden Vermögenswerte in eine andere Rechtsidentität bringst, dass keine dritte Instanz mehr zugreifen kann, dass du eine Asset Protection aufbaust, sprich ein Schutzschild, dass weder ein Gerichtsvollzieher, ein Finanzamt, ein Staat, irgendwelche windigen Politiker auf dein Lebenswerk zugreifen können. Und vor allem, wie du es zukünftig so schützt, dass keine Erbschaftssteuer anfällt, dass du steueroptimiert gestaltest und dementsprechend zukünftig planbar entscheidest, wer dein Vermögen zukünftig nach deinem Ableben auch bekommen soll. Und genau das, das zeige ich alles in der Cashflow Academy auf und deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, bei der nächsten Cashflow Academy dabei zu sein. Diese findet statt am 14.07.2024 und das Spannende ist, es wird nach viereinhalb Jahren das erste Mal wieder eine Offline-Academy. Wir haben es vier Jahre lang nur online gemacht aus meinem Videostudio. Es wird ein sogenanntes Hybrid-Event. Und bei diesem Hybrid-Event kannst du entweder zuschalten online, egal von wo auf der Welt, um bei dem Tag live aus dem Hotel in Frankfurt dabei zu sein, per Livestream, oder du holst dir vor Ort ein Ticket, bist in Frankfurt dabei, und zwar die Möglichkeit, ein Early-Bird-Ticket zu bekommen. Da ist volle Verpflegung, Kaffeepausen dabei, komplettes Netzwerken, wir sind limitiert auf insgesamt 120 Teilnehmer. Und ich kann dir nur eins sagen, es wird gigantisch. Du hast die Möglichkeit, mich nach viereinhalb Jahren das erste Mal wieder live zu treffen. Ja, wer da Freude dran hat, ich freue mich auf jeden Fall immer, Live-Events zu machen. Du lernst mein komplettes Team kennen, ja, den Geschäftsführer von der Firma hier in Deutschland. Du lernst die CEOs erkennen von den Produktgebern, weil einige da sein werden. Deswegen, nutze diese Chance, sei dabei am 14.07. in Frankfurt oder online. Und deswegen, buch dir dein Ticket jetzt. Und ich freue mich, wenn wir uns in Frankfurt oder online dann entsprechend sehen. Ja, bis dann, ganz liebe Grüße. Dein Tobias Reter, aber Cashflow-Experte Nummer 1. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 11. 11. Untertitelung des ZDF, 2020